Der X95J steht in unserem Bravia XR-Reihe ganz oben im 4K HDR LED-Segment. Er ersetzt den XH95 und kommt in den Zollgrößen 85, 75 und 65 Zoll. Der X95J folgt dem gleichen Design-Element wie unsere 8K- und OLED-Modelle und kommt im One-Slate-Design mit minimalistischen Standfüßen ganz am Rande des Bildschirms. Die nach vorne gerichteten Lautsprecher sind unter dem Rahmen versteckt. Die nahtlosen Rahmenkanten in Titan-Silber-Optik sind nur 1,8 mm breit und die Lücke zwischen dem Display und dem Rahmen beträgt nur 8 mm, führend in seiner Klasse. Die Gesamttiefe des Rahmens ist um 10 mm weniger geworden als bei seinem Vorgänger, dem XH95. Das Design auf der Rückseite weist ein Gittermuster zur besseren Belüftung auf. Das Bravia XR-Logo ist mittig platziert. Bei den 75 und 85 Zoll Varianten des Geräts können die Standfüße auf drei Positionen verstellt werden. Breit, schmal und die Soundbar-Position. Bei der 65 Zoll Variante gibt es zwei Positionen, Breit- und Soundbar-Position. Die Premium-Aluminium-Fernbedienung ist beleuchtet und somit perfekt für das Heimkino-Ambiente. Unser neuer kognitiver XR-Prozessor ist von zentraler Bedeutung, um sicherzustellen, dass der X95J die einwandfreie Bildqualität liefert, die von einem 4K-HDR-Premium-Fernseher von Sony erwartet wird. Die Bravia XR Full-Array-Technologie mit Contrast Booster 10 bietet optimale Kontraste, bestehend aus spitzen Helligkeit sowie tiefsten Schwarztönen. 4K XR-Upscaling sorgt für gestochen scharfe Details und natürliche Texturen. XR Triluminos Pro liefert natürliche und lebendige Farben und XR Motion Clarity garantiert maximale Bewegungsschärfe für jeden Inhalt. Immassiver Sound wird durch das Akustik-Multi-Audio-System bereitgestellt, welches auch vom kognitiven XR-Prozessor angesteuert wird. Neu in 2021 verfügt der X95J über einen schlanken Subwoofer und nach vorne gerichtete Lautsprecher. Diese ergänzen die Rahmenhochtöner für ein rundum verbessertes Audioerlebnis. 3D Surround Upscaling wird ebenfalls unterstützt. Dolby Vision, Dolby Atmos, Netflix Calibrated Modus und IMAX Enhanced sind ebenfalls enthalten. Die Umgebungsoptimierung mit Lichtsensoren passt die Tonwertkurve an das Umgebungslicht an und zusammen mit der automatischen Soundkalibrierung wird dieser Fernseher zum perfekten Wiedergabegerät in jedem Raum. Der X95J ist auch perfekt für Gamer geeignet und verfügt über HDMI-Eingänge, die 4K 120p-Signale unterstützt, als auch VRR, ALM und EARC. Die Sony-eigene Streaming-Plattform Bravia Core ist ebenfalls verfügbar. Und über das neue Google TV und die integrierten Mikrofone zur einfachen Sprachbedienung tragen sie dazu bei, dass alle Inhalte blitzschnell und einfach abrufbar sind. Die Sony-eigene Streaming-Laarde